ja leute heute möchte ich mal das medaca vital baby ausprobieren von aqua tropica da sage ich nochmal recht herzlichen dank dafür dass ich das bekommen habe und ich freue mich schon riesig das gleich mal auszuprobieren werden das jetzt mal eben öffnen weil das noch ein sicherheitsplättchen drauf finde ich gut damit das auch schön verschlossen ist weil manchmal vergisst man ja auch den deckel drauf zu schrauben also bei mir zu messen ist das so so sieht das ganze dann aus also sieht sehr gut aus und vom geruch her doch muss ich sagen riecht gut wenn ich ein fisch wäre würde ich glaube ich selber essen so wenn wir das mal ausprobieren mal gucken wie die kleinen drauf gehen weiß ich nicht ob ihr das erkennt könnt ich hoffe ihr könnt ein bisschen was sehen von den minis so dann werden wir das mal hier ein bisschen verteilen natürlich nicht alles drauf das ist klar das wäre ein bisschen zu viel aber zumindest dass die oberfläche gut abgedeckt ist damit auch jedes also jeder jungfisch der junge medaca überhaupt drangehen kann also dürfte auf jeden fall nicht zu viel sein also was ich auf jeden fall sehr gut beobachten kann ist schon mal dass das futter nicht direkt absackt das ist schon mal sehr gut denn man sollte immer ja ich sag mal baby futter haben was oben an der oberfläche ist zumindest bei dem medaca weil die eben halt mehr von der oberfläche essen also nicht im grund natürlich wenn oben an der oberfläche ist nicht gehen sie schon am boden das konnte ich schon mehrfach also beobachten aber ich sag mal grundsätzlich ist es einfacher für die wenn ihr das futter eben von der oberfläche aus her aufnehmen können ja aber man sieht auch ganz schön dass die da schon hin und her gehen durch die futterstellen also hier zum beispiel überall ach ich sehe gerade sogar noch ein mückenlarve na ja vielleicht möchtet die auch ein bisschen was wie sind die da denn reingekommen ist interessant aber das futter wird auf jeden fall sehr gut angenommen und ich muss sagen vom geruch her top von der schwimmqualität her auch sehr schön und auf jeden fall so der erste eindruck ist auf jeden fall sehr gut ja das war es dann auch schon wir sehen uns bis demnächst